Wie definieren Sie Wirklichkeit und wie definieren Sie Wahrheit? Ja, das müssen Sie mir sagen. Denn ich arbeite weder mit dem einen noch mit dem anderen Begriff als eine endgültige, ein für allemal klare Sache. Ich lebte in den 50er Jahren kurz in Bombay und da wurden mir Swamis vorgestellt. Das sind heilige, weise Männer, auf die im Okzident die Diagnose der schizophrenen Katatonie angewandt würde. Also sehen Sie, es ist eine Frage der Ansicht, der Definition. Sie kennen vielleicht das Witzchen, was ist der Unterschied zwischen einem Optimisten und einem Pessimisten? Die Antwort ist, der Optimist sagt von einer Flasche, dass sie halb voll ist. Der Pessimist sagt von derselben Flasche, dass sie halb leer ist. Wer hat Recht? Und diese Widersprüche, diese Gegensätze, dieses Streiten um die richtige Definition, das ist die Basis meiner Arbeit. Wenn ich mich mit Menschen beschäftige, die Schwierigkeiten im Leben haben, die leiden, dann ist eine Frage, wie die die Wirklichkeit sehen. Gut, was ist dann Wahrheit? Die Wahrheit ist meines Erachtens, der Begriff ist nur dort anwendbar, wo Leute derselben Wirklichkeitskonstruktion angehören. Lassen Sie mich kurz erklären, was ich damit meine, mit Wirklichkeitskonstruktion. Man nimmt in unserem Fach immer noch an, dass es eine wirkliche Wirklichkeit gibt, deren sich die geistig Normalen und vor allem wir Therapeuten bewusst sind. Und die sogenannten Geisteskranken haben eine verzerrte Sicht dieser Wirklichkeit. Das ist eine Auffassung, die in anderen Wissenschaftszweigen seit längster Zeit abgeschafft worden ist und einfach nicht mehr haltbar ist. In der modernen Epistemologie ist die Aufgabe der Wissenschaft, besteht darin, Verfahrensweisen zu entwickeln, die für einen ganz bestimmten Zweck wirksam sind. Und das mag sehr wohl bedeuten, dass in fünf Jahren diese heutige beste Art und Weise, mit dem Problem umzugehen, bereits durch eine bessere abgelöst wird. Das brüllt aber keineswegs, dass diese nächste nun wahr ist und die hier ist unwahr. Aber dennoch basiert sie auf dem, was man heute weiß? Also im Grunde genommen ist es vielleicht ja nicht was völlig anderes vom Himmel. So beliebig ist es doch nicht. Nein, wir müssen uns darüber im Klaren sein. Es gibt also, wir machen im Konstruktivismus, dem ich angehöre, machen wir eine Unterscheidung zwischen zwei Wirklichkeiten. Die erste Wirklichkeit ist die, die uns unsere Sinnesorgane vermittelt. Vermitteln. Also zum Beispiel, ich sehe ein Licht und das ist rot, nicht? Wollen wir ganz beiseite lassen, dass auch das, dass das Resultat eines ungeheuer, unglaublich komplizierten Konstruktionsvorgangs in meinem zentralen Nervensystem ist. Und dass außerdem das Geräusch rot oder die Buchstaben R-O-T eine reine Erfindung sind, eine Zuschreibung. Nun sehen Sie, ein kleines Kind mit normalem Sehvermögen kann natürlich auch ein rotes Licht feststellen, wird auch feststellen. Nur, das Kind weiß deswegen nicht, dass das, notwendigerweise noch nicht, dass das Rot heißt. Und schon gar nicht, dass das Auftauchen von Rot, von Rotlicht unter gegebenen Umständen bedeutet, man darf die Straße jetzt nicht überqueren. Das sind Zuschreibungen an die sogenannte Wirklichkeit der ersten Ordnung, die Wirklichkeit, die mir mein zentrales Nervensystem vermittelt. Unweigerlich kommt es zur Zuschreibung von Bedeutung, Sinn und Wert. Und da gibt es absolut keine Möglichkeit, ein für alle Mal festzustellen, wer Recht hat und wer Unrecht hat. Daher das Witzchen, der Pessimist sagt von der Flasche, dass ich halb leer ist, der Optimist sagt von derselben Flasche, derselben Wirklichkeit erster Ordnung, dass ich halb voll ist. Und da gibt es nicht so, dass ich halb leer bin.